Gesessen und gestanden hast du, vielleicht am Rande deines Lebensweges. Jesus, hast dich verirrt mit der Zeit, bist viel umhergelaufen, bist hier und da gewesen, dann kamst du bei Gleis 0 an. Viele vor dir haben einige Lebensgleise gesehen. Andere sind auf halber Strecke verschollen oder auch unter die Räder gekommen. Nun bist du hier auf Gleis 10 gesträndet, hast viel Ansehen erhalten. Würdest am liebsten Gleis 10 wieder verlassen mit der Zeit. Denn da draußen bist du hart geworden in den letzten Monaten. Nicht nur auf Gleis 0 bis Gleis 10, sondern auch auf dem kalten Lebensasphalt. Der dir war zu kalt und zu eisig mit der Zeit. Nun hast du gefunden diese Hilfsstation. Nicht nur Gleis 10, sondern Menschen wie du und ich. Gleis 10 ist nur dein Anfang und nicht das Ende. Dieses Gleis hat nun eine neue Hoffnung für dich. Gleis 10 ist nur dein Anfang und nicht das Ende. Dieses Gleis hat nun eine neue Hoffnung für dich. Wir sofort auf den Gleis 10. Schams in den Moment. Und wenn du die Welt kennenzelungen hast, willst du diese Zeit? Und wenn du die Welt kennenzelungen hast,